Ich liebe Roboter. Ich mag, wie sie sich bewegen. Wie stur das sind. Wie sie sich durch nichts abbringen lassen. In der Schule habe ich mich für viel interessiert. Hauptsache Technik. Ich will nicht Elektriker werden oder Maschinenbauer oder Programmierer. Ich will das alles machen. Deshalb lerne ich Mechatronik. Bei viel habe ich da einfach gute Möglichkeiten. Hier sind fast alle Maschinen Sondermaschinen. Also Einzelstücke. Da ist jede Entwicklung wieder spannend. Wenn du hier etwas wissen willst, bekommst du immer eine Antwort. Und wenn du eine Idee hast, hört dir wer zu. Egal wie alt du bist. Ich glaube auch, wenn ich mit der Lehre fertig bin, gibt es hier noch viel zu entdecken und zu entwickeln.